Musik Ihr verdammter Narr! Was in Gottes Namen glaubt ihr, dass ihr da tut? Nun, um ehrlich zu sein, war ich es, der den Befehl gab, die Gegend weiter zu erkunden. Ja, das mag sein. Aber nicht einmal ihr wärt so dumm, einen Frontalangriff auf die Püs anzuordnen. In der Zwischenzeit erhält die Ratte die Nachricht vom Verlust seiner Grafschaft. Das glaube ich nicht. Meine Truppen sind überall verstreut und ich kann nichts unternehmen. Ich habe die Grafschaft verloren. Zeigt etwas Rückgrat. Mein Plan für den Notfall ist bereits im Gange. Ihr bekommt eure Grafschaft bald genug wieder. Vertraut mir. Später trifft eine Botschaft der Ratte ein, die besagt, über eure neu erworbene Grafschaft würde eine Blockade verhängt. Während Sir Wulzick die Nachricht verliest, schaut ihr und Sir Long armt rein wie begossene Pudel. Der Püs ist bereit, über eine Waffenruhe nachzudenken, wenn wir unsere Truppen sofort aus seiner Grafschaft abziehen. Das ist eine Falle. Auf eben diese Weise wurde der Vater dieses Burschen getötet. Wir sollten unseren Vorteil für einen weiteren Schlag nutzen. Nein, nein, für einen ausgewachsenen Krieg haben wir nicht genug Männer. Ihr werdet entlassen, damit die Lords die wichtigen Einzelheiten eurer nächsten Aufgabe besprechen können. Schließlich stürmt Sir Long arm mit hochrotem Kopf aus dem Gemach, um euch eure nächste Aufgabe zuzuweisen. Lord Wulzick wünscht in seiner Weisheit, dass ihr einen Waffenstillstand aushandelt. Aber mir gefällt das nicht. Ich stelle euch meinen besten Steinmetz zur Verfügung, sodass ihr euch auf das Schlimmste vorbereiten könnt. Er richtet ein kleines Lager auf einer offenen Lichtung und erwartet dort die Ankunft des Herzogs de Püs. Ihr dürft ihm auf keinen Fall mit Waffengewalt drohen. Um unsere Ländereien zu sichern, müssen diese Verhandlungen ein Erfolg werden. Herzog de Püs wünscht ein... Es ist eine Falle. Sir Long arm hat recht. Eine Falle. Unsere Vorhut wurde wie Tiere niedergemetzelt. Jetzt erhaltet ihr neue Befehle. Errichtet eine große Befestigungsanlage und bereitet eure Truppen auf die Ankunft des Herzogs de Püs vor. Setzt die Steinmetze ein, die ich euch mitgab, um hier eine starke und standhafte Burg zu errichten. Platziert einen Bergfried, um eure Burg anzulegen, euer Gnaden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung Wir benötigen Holz Bin zur Stelle! Bogenschützenbereit! Die Truppen der Ratte greifen an! Wir benötigen Holz! Wir benötigen Holz! Wir benötigen Holz! Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Entlegene Dörfer sahen eine Truppe der Ratte auf dem Weg in diese Richtung. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ich bin zur Stelle! Es werden Waffen benötigt, Sire. Mein Bogen! Die Truppen der Ratte greifen an! Woher liegt sie? Bin's gutter! Im Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Wir haben den feindlichen Angriff überlebt. Mein Herr? Bin zur Stelle. Eure Befehle? In Bewegung. Eine Botschaft der Ratte. Ihr habt euch mit dem mächtigen Depös angelegt und bald schon werde ich eure jämmerliche Armee zertrampeln. Aufklärer berichten von einer großen Truppe der Ratte, die auf uns zumarschiert. Die Truppen der Ratte greifen an. Bin zur Stelle. Es werden Waffen benötigt sein. Bin zur Stelle. Rücken aus. Sind auf dem Weg. Eine Botschaft der Ratte. Ich habe doch tatsächlich schon wieder verloren. Wir sind siegreich, Sire. Es ist schon wieder geschehen. Unglaublich. Ich verliere eine Grafschaft nach der anderen. Als nächstes bin ich wohl selbst dran. Ich bin verloren. Ich denke, ich reite besser zurück, um Verstärkung zu holen. Oh, zurückreiten? Wäre es nicht einfacher, eine Botschaft zu senden? Ihr braucht euch wirklich keine Sorgen zu machen. Ich bin zurück, ehe ihr euch verseht. Bis bald, ehrenwerter Freund. Bis bald. Ich bin zurück. Tschüss. Tschüss. Musik. Vielen Dank.